Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die letzte Batterie dran, heute ist die Goodney dran. Die Goodney ist auch in F3, hat 980 Gramm NEM, brennt 40 Sekunden 100 Schuss, 25 Millimeter. Preislich liegt er hier bei 50 bis 80 Euro und was ich die ganze Zeit vergessen habe ist, die Batterien sind im Pyromult. Sprich, das ist ja dieses Presspappen-Scheiß aus alten Pflanzenfasern oder keine Ahnung. Ja, muss ich sagen, gehen wir raus zur Zündung. So, wir zünden jetzt hier die Goodney, habe ich euch ja schon vorgestellt und ja, muss ich mal sagen, 100 Schuss mit ein bisschen Salud zwischen euch. So, los geht's. Okay, dann müssen wir mal zurück. Gut, gut, gut. What the fuck, Alter? Fuck. Wir können nicht mehr greifen, dass die Male vorstellt. Ja, die Good Knee. Die Good Knee war die beste. Von allen drei, muss man sagen. 41 hast du gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020